Ja, so meine lieben Freunde, Hallöchen, Poppuchen und damit herzlich willkommen. So, Horizon Zero Dawn, ja es geht weiter, beim letzten Mal hatten wir ja leider War, glaube ich, die ganze Kram von meinem PC ein wenig zu viel Und da mussten wir natürlich noch ein bisschen was machen Und ja, deswegen sind wir jetzt wieder hier Ich nehme einfach an, das Spiel verträgt sich generell mit OBS nicht so wirklich Das nehme ich leider alles abgekackt an dem Abend Und ja Da geht es natürlich direkt hier weiter Wir haben Frozen Wilds durchgespielt Im Stream Das wird wahrscheinlich irgendwann auch noch kommen Aua Woher Und ja So Ich habe jetzt zwei, drei Sekunden Zeit mal ein paar Pfeile zu erstellen Und ja Ich würde sagen, wir machen hier ganz normal weiter Auch wenn ich eigentlich die DLCs Als Dingsbums haben wollte Im Stream Ja, ich auch Nein Was zum Wow Wow Ich hätte nicht gedacht, dass die sowas drauf haben So Dann muss ich erst mal gucken Hat er mir gerade den Noch Mann Das hat ordentlich gesessen Könnt ihr doch nicht machen Ich hatte so viele Tage Pause Pause Ach man So So Ich will zwar nichts sagen Aber Er hat gesessen Ja Es kommt davon Darauf an Wenn man keine Scharfschusspfeile mehr hat Kann ich den stillen Schlag machen Warum nicht Warum macht der so einen Damage Der war doch Das ist schön, dass du nicht daneben schießt Aber es bringt halt nix Sag mal Habe ich das schwer gemacht Oder was Ne Das Alter Schwede Vergessen den Timer zu starten Ja Wir waren gerade in der Häuptlingsprüfung Es stimmt also Frostclown Vom Donnerkamm Der Angriff hat den Wettkampf gestört Deswegen kann es kein Ergebnis geben Er ist ungültig Ihr habt sie doch gesehen Sie besiegte die Maschine Nicht ich Ist doch nicht so ein Arschloch Ja Ist okay Arattack Okay Wir sind Banuk Überleben Siegen Was sonst zählt Mein Blut In deinen Zähnen Bei der Jagd Lass ich dir den Vortritt Es dürfen keine Jäger mehr Auf den Donnerkamm Hinauf gehen dürfen Nur der Häuptling Und ich Es steht mir nicht zu Doch ich habe einen Wunsch Dich zu begleiten Und Meine Schwester Wir erfüllen ihn dir Aber nur dann Wenn du mir gehorchst Nein Nur wenn du mir gehorchst Jo Jo Am Fuß ist dein Lager Es heißt Langkerbe Triff uns da Wenn du bereit bist Häuptling Okay Gut Ja Kann man mal machen Warum eigentlich nicht Gut Ich will jetzt erstmal Ich habe jetzt ganz viel Zeräusch bekommen Gut Sehr selten Ja aber das hat Ist zwar schön und gut Aber es hat keine Effekte Gut Ist ja auch egal Ich habe ein bisschen gelevelt Klar natürlich Ist ja logisch Wenn wir das jetzt Viel wahrscheinlicher Rüstung Und Bauteile Was wollte ich denn machen Ich wollte Stiller Sprint machen Ja dafür brauche ich noch ein bisschen Jo Ich brauche auf jeden Fall Ähm Wieder Zeug Ja Donnerkamm Bedeutet Die Maschinen sind alle So ein bisschen gaga So ähnlich wie Ähm Ach wie kann man das nennen Kannst du ungefähr so viel So sagen Wie Dingsbums Wie die Verderbnis Und wir müssen halt Uns natürlich mal wieder Darum kümmern Ist klar Wer denn sonst Und Ja Ja ich habe deswegen Die Grafik mal ein bisschen Runtergeschraubt Aber irgendwie Das Game versteht sich Generell mit OBS Nicht glaube ich Das hat glaube ich Jetzt nichts mit dem PC Oder so zu tun Ich hätte mich vielleicht Hier so ein bisschen Verstecken können Aber na gut Ja dann wissen wir wo wir Wo wir lang sind Ähm Ja wir sind schon Stufe 44 Natürlich hier kriegst du Ordentlich EP Ähm Ich versuche das nochmal so Zurecht zu schnippeln Dann muss ich aber mal langsam Anfangen und die Streams Runterladen Mit Horizon Zero Dawn Beziehungsweise es war ja nur Ein Stream Ich glaube das war vorletzten Vorletzten Samstag Müsste das gewesen sein Hier gibt es zum Glück genug Heilung Ja Ähm Machen wir einfach mal alles voll Warum eigentlich nicht Ich habe wieder Draht Das ist super Gut Sieht eigentlich soweit ganz gut aus Muss ich ehrlich gestehen Müsste mal gucken ob sie Ich glaube das waren alles so War schon richtig Hätte ich alles nutzen können Ähm Was sind denn meine Quests aktuell Ich würde sagen wir bleiben Hier guck mal Schöpfer das Ende Stufe 14 Die Hauptquests muss ich mal langsam echt machen Und hier sind wir schon bei den 50er Ich habe auch einen schönen Bogen Den hier Das bedeutet wir sollten eigentlich jetzt sehr gut überall durchkommen Ohne Probleme Ich bleib hier Doch Doch das machen wir Da bleiben wir jetzt einfach mal hier Ähm Ich werde auch nur die Hauptstory machen Bedeutet Ich werde jetzt nicht hier anfangen Alles abzugrasen Das kann man vielleicht später mal machen Wenn man mit der Hauptstory An der Aufnahme durchsünden Vielleicht mal auf Twitch So ein Stream oder sonst was Aber so wie es aktuell ist Ja muss ich halt mal gucken Das waren schon einige Stunden Stream Will zwar nichts sagen Aber der Schuss Der ist der Hammer Ich mag die nicht Weil die richtig übel sind Ich muss hier ein bisschen Handhabung mit reinbringen So viel Damage macht der gar nicht Ich meine im Vergleich zu vorher Zum vorherigen Wogen auf jeden Fall Aber Es sind auch ganz andere Maschinen Ich glaube Ich bin noch nicht ready dafür Ich bin noch nicht Oh Guck mal wie der rumpelt Die fressen eindeutig noch zu viel Ist aber gut Dass sie gut Draht geben Mehr oder weniger Wie ich hab kein Reinholz Oh ich hab kein Reinholz mehr Jetzt muss ich erstmal gucken Wie hab ich die denn hergestellt Natürlich Schadenabrissfeuer Schadenabriss Schadenabriss Ja Ich muss gucken Dass ich da ein bisschen Handhabung mit reinbringe Sonst bringt mir das alles nichts Aber eigentlich sollte es ja auch genau so sein Aber eigentlich sollte es ja auch genauso sein Jetzt muss ich mir halt nur zweimal überlegen Ob ich jetzt abschieße Oder nicht aktuell Na komm Na komm Gut Gut ja Ich muss Muss ich mich Muss ich mich erstmal dran gewöhnen Der Bogen ist ein bisschen übel Aber ich hab nicht gedacht Dass Reinholz irgendwann mal das Problem ist Na gut Ich hab so viele Pfeile hergestellt Da ist das durchaus schon mal gang und gäbe Und ich glaube so viel Holz gibt es hier gar nicht Hallo ich würde gerne Bug Bugli Bug Okay Okay Gut Kein Holz für mich Kann man mal machen Naja zum Glück kriegen wir ja genug Wenn wir ein bisschen was sammeln Wie Ich brauch 10 Stück Warum 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 ist das so teuer Warte mal ich will mal was gucken Wir haben ja gesagt wir spielen auf normal Okay wir sind auf normal Hätte ja sein können Dass ich das für Für den Stream Aufgrund des Unterhaltungswerts Vielleicht hochgeschaltet hab Aber Dem war wohl Doch ich hatte das mal gemacht Aber das funktionierte nicht Das war dann doch ein bisschen too much Und dementsprechend hab ich mir dann gedacht Joa So Und ich will noch mal was gucken herstellen Tragekapazität Reinholz Dachs Eulenknochen Trutan Reinholz Eichhörnchen Ja komm Das meiste davon Brauch ich eh nicht Dann kann ich eigentlich das Reinholz Was ich sammle Für Pfeile benutzen Ich muss nur gucken Dass ich genug besitze Bin nämlich immer noch der Meinung Dass ich vielleicht ein bisschen Underlevelt bin Weswegen ich doch groß Probleme Krieg Aber auf der anderen Seite Ist das vielleicht gar nicht mal so Ununterhaltsam You know Gänse Eulen Tiergedöns Joa Aber ich hab eigentlich Mehr als 30 Scharfschusspfeile Und 60 kann man glaube ich Nicht tragen Was war das Fische und so ein Kram Ja brauche ich eigentlich auch nicht Ich hab Größtenteils alles Ready Was haben wir denn hier Dharmonischer Plünderer Das sind meine EP Wir geben den Tausender knapp Ist okay Also keiner war hier noch rumeiert Aber Ja Liegt doch gut Gleich mal mitgenommen Was ging Ja Das Interessante ist Wenn wir hier durch sind Was ich durchaus vorhabe Witz in Da ist doch wieder So ein komischer Verderber Äh Verderber Nicht hier so So ein komisches Dingsbums Er repariert nämlich auch Die Maschinen Wie Level 17 Oh da ist ein Pirscher Da ist ein Pirscher Das gefällt mir gar nicht Da sucht keiner nach dir Vertrau mir Woher weiß der Wo ist denn das ich da bin Bei dem Püscher Muss man echt aufpassen Die sind echt übel Die machen nämlich richtig Was ist denn hier los Warum mache ich kaum Damage Haber Was ist das See Das laisser Was ist oder Das sodium ging Wie ist das Die вообще Inspirations Sön so wunderbar das kriegen wir schon in keine sorge das alles normalerweise kein ding die frage ist nur finden wir den anderen pürscher hier gibt es nämlich nur einen da ist schon mal einer die frage ist nur finde ich ihn der hat gesessen ich weiß zwar nicht was ich getroffen habe aber ich habe getroffen Mist so der hat gut ja das interessante ist es halt aktuell ich finde es immer noch ein bisschen erstaunlich das gerade reinholz was man eigentlich mehr als genug zuhauf finden sollte und dass das aktuell meine knappste ressource ist es halt die frage ob ich hier weitermachen sollte oder ob ich mir das für ein erstens für ein stream aufheben sollte und zweitens ob ich vielleicht passt so toll wunderbar ist mir eigentlich alles egal es gibt doch nebenquests ich würde hier an sie schon gerne machen weil die geben richtig viel das gespräch ist mir eine ehre ich habe von dir gehört in jeder strophe deines liedes geht es um einen unmöglichen sieg ach quatsch das echo ertönt im ganzen schnitt man sollte nicht allem glauben schenken das weiß ich mein lied erschallte früher in banor um nach jäger von legendären maschinen wenn ich hier für noch eine man nennt sie die mörderklaue zumindest als ich jünger war ihr tod wäre ein gutes ende für mein lied ich konnte früher ohne schlaf von banor bis in den schnitt reisen aber diesmal bin ich müde egal doch du stärker als arathak mit deinem eigenen werak wenn auch nur die hälfte deines liedes stimmt bist du die einzige der ich diese jagd anvertraue ich soll für dich jagen gehen nicht nur für mich nein für einen alten freund das scheint dir wirklich wichtig zu sein ummerk willst du wirklich dass jemand anders die maschine erlegt ich bin der mörderklaue nicht mehr gewachsen sofern ich es je war stelle ich mich ihr tötet sie mich daran besteht kein zweiter er kennt seine grenzen das banuq blut in mir lechzt danach es selbst mit der klaue aufzunehmen aber sie muss erledigt werden das kriegen wir hin mörderklaue vor vielen vielen jahren mörderklaue blut auf seinem grab beseligen brecht es im frieden das ist unwahrscheinlich na gut ummerk ich tu was ich kann du kannst zweifelsfrei eine menge tun es heißt die mörderklaue kehre nur einmal alle sechs winter zurück jetzt juckt es mir in den fingern ich habe gehört sie soll am nordöstlichen rand des schnitz zu finden sein mhm gute jagd ok ja gucken wir mal wenn wir all das schnell hin was haben die banuq zum beispiel der speer von aratak ein eisdorn oder die waffe von urea wenn ich nur in so einer rumstochern könnte um die blitze an den fingern zu spüren oder überhaupt denn irgendwas wenigstens mein letzter auftrag war vor einem monat eine waffe die feuer spurt das lief nicht so gut ich habe einen eisdorn genau wie aratak willst du mal sehen im ernst jetzt ja ja furchtbar gern wie sie sich freut klarer baufehler wenn ich dir setze ja das sollte gut ob du es glaubst oder nicht sie erfüllt erst höchstens ihr halbes potenzial warum denn die oh praps sagt alle waffen sind leiblich er merkt gar nicht dass das ein kompliment ist folgendes wenn wir das gebiss eines donnerkeepers hätten würde sie wirklich fantastisch laufen und ich weiß wo einer ist wenn du mit mir jagen willst also mal angenommen du kennst jemanden der so eine waffe besitzt dein ernst schau sie dir an natürlich also die spulen erzeugen den funken die energiequelle ist nicht einmal verschraubt im ernst sie ist wunderschön aber auch wunderschön aha wir brauchen eine sturmvogelkralle blitze fließen nur so darüber hinweg und ich weiß auch woher komm mit mir mit dann mache ich die waffe zu deiner besten freundin zu der besten eine waffe die feuer spuckt wie die hier ich habe sie von einem oseram banditen kannst du damit was anfangen du hast mein schmiedefeuer wenn du urkut und seinen jungs dafür erledigt hast gehört sie jetzt dir und wenn du es erstmal fertig stellst mach es mach sie so wie sie sein sollte das wollte ich hören ich brauche eine brührückenschnauze ganz egal von welchem schaffst du das alleine ich kriege das schon hin ok ok die warga die ist süß die ist lieb guck mal wie die sich freut die ist nett wirklich die hilft mir auch die Dingsbums fertig zu machen ok jetzt will ich mit dem nochmal sprechen ob wir das jeweils machen weiß ich nicht Champion stärkere Schüsse ja ist das ist so ein Verderberbogen das ist ein normaler Bogen mit dem könnte ich vielleicht was anfangen dafür brauche ich noch siebenmal blau blau Glanz gut sprich mit Aratak Langkerbe ist versorgt wie gewünscht und wir halten Ausschau nach Meerfrost aber unser Ziel war den Berg zu befreien und jetzt bleibt bereit schärft eure Speere falls wir nicht zurückkehren müsst ihr den Schnitt verteidigen wenn unser Häuptling damit einverstanden ist hört sich vernünftig an aber hoffen wir dass das nicht eintritt Häuptling Verantwortung zu tragen ist eine große Last das ist mir bewusst ich nehme an du hast noch nicht mit Uriah gesprochen warum sollte ich das ist es was sie wollte zum Donnerkampf zurückzukehren ihr einziges Ziel ich hätte also wissen sollen dass sie meinen Speer beiseite stößt als meine Schwester von den Karcher zurückkehrte war sie verändert was da wohl passiert ist als sie eine Gefangene der Karcher war als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen sie verfolgen sie betäuben die Karcher fing die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden die Karcher sind scheiße das werden wir auch noch mitbekommen ihre Blutspiele diese Schande ertragen unter der gnadenlosen Sonne sie überlebte sie ertrug es ertrug es indem sie an die Stimme dachte ihre Bestimmung und jetzt ist es alles was sie hat was geschah mit der ersten Expedition Uriah führte uns zum Gipfel aber dort war ein großes Tor eine Art Brutstätte neues Metall wir wollten es durchbrechen aber es ging nicht wir waren erschöpft kein Weg voran Maschinen hinter uns ich entschied mich zum Rückzug wir verloren viel doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen ich hatte gehofft das Uriah nie wieder anzutun was glaubst du ist hinter dem Tor ich weiß es nicht so viel Metall das tote Brummen dort kann nichts Gutes sein auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod unserer oder der des Dämons und wenn wir die Stimme doch finden dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen verstehe ich bin wirklich froh dass du mich begleitest jemand muss auf Uriah aufpassen alles klar ah die Ailer friert ganz schön ich sollte vielleicht den normalen Weg nehmen dann sehe ich auch wo ich lang laufe ja es ist nicht viel Holz was ich habe die Frage ist will ich vielleicht nochmal ein bisschen sammeln weil ich glaube nicht dass ich Reinholz finden werde ja 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 ich verstehe dich Eloy bringt mir aber nichts wir müssen hier sowieso durch ich so gucke ich mir gleich mal an wenn ich es eigen was zum schon wieder diese Wächter aber ich will doch eigentlich na komm drauf geschissen eigentlich wollte ich noch ein bisschen Holz holen aber so wie es aussieht finde ich hier nicht meinen normalen Händler aber ich könnte eigentlich warte mal wie viel Metall habe ich denn wie viel Metall scherben 3000 ich bin überlegen ob ich vielleicht eine Schnellreise mache zum normalen Händler und dort mal einkaufen gehe weißt du was das mache ich offscreen machen wir den paar Leute ein bisschen kürzer macht's gut Leute haut rein bis zum nächsten Mal gegrüßt schlug schlug bei haben wir gemми anya Untertitelung des ZDF, 2020